hallo und herzlich willkommen zurück in dark souls und ja das wird leider wohl gemerkt wohl die letzte episode werden denn wir werden uns jetzt dem endboss mal annähern ich bin jetzt eigentlich schon mitten im hundert hier sind nur 19.000 seelen bin eigentlich noch mitten im dark souls let's play ähm im dark sellers let's play aber wie das so ist muss ja fertig werden hier und ich habe mich jetzt sehr lange darum gedrückt ist fertig zu machen ganz im ernst weil ich ich mag das spiel einfach nicht möchte einfach nicht dass es aufhört aber gut ihr seht hier ein paar fackeln muss eigentlich der gute kommt noch mal naja jedenfalls zum dlc hin haben uns die entwickler eigentlich diese truhe dazu gemacht aber irgendwie anscheinend nicht zumindest bei mir nicht gut dann eben nicht aber naja macht ja nichts macht jetzt wir können ja improvisieren habe ich noch irgendetwas was ich tun wollte vorher mal ganz kurz überlegen ich glaube nicht wir beschwören uns zum endboss ein bisschen hilfe und zwar von wenn gar also nicht weil ich den boss nicht schaffe sonst sondern erstens mal gut ist schneller und zweitens mal ja es geht halt schneller und zweitens habe ich den vengal halt noch nie beschworen und würde mich mal interessieren was der so auf dem kasten hat so einen richtigen spieler werden wir wohl nicht beschwören dafür ja muss halt nicht sein benötigen wir nicht hoffe ich doch mal zumindest dass wir das nicht benötigen und ja dann geht es im nächsten let's play also nächsten tag quasi weil sie morgen so nicht das jetzige morgen sondern quasi das morgen wenn die folge kommt mit darksiders 2 los und oder emerald was hat sie denn zu sagen mein journey is already complete my name is channel the dragon gave me this name for i was born with none i was born of dragons kontrived by men by ones who would cozen fate herself they are the ones who created me but they fail i did not come out as intended fate would not be best and men were cursed once again if you proceed nashandra will come after me knowing that you will take the throne and link the fire she covers the first flame and the great soul put nashandra to rest ja ihr seht der eigentliche arch villain hier ist nashandra und ich muss mir eigentlich ganz kurz überlegen was habe ich denn hier third dragon ring sun seal ring of blades plus 1 was bringt denn da mal am meisten die ringe nicht viel chloranti vielleicht steel protection wäre auch noch in ordnung ja ich glaube chloranti plus 1 einfach ja wir müssen ja diesen kampf bestreiten und was jetzt eben kommt an boston ist wie ihr eben gehört habt nashandra die königin die frau von king vendrick und davor kommt noch ein bossfight das sind zwei konsekutive bossfights direkt hintereinander throne watcher und throne defender das ist ein bisschen wie ornstein und smoke aus dark souls 1 aber er hat so seine tippen der kampf denn wenn der eine down geht dann versucht der andere ihn wieder zu beleben und das macht den ganzen kampf natürlich etwas mistiger wir haben hier einmal bist du head of vengal den möchte ich gerne beschwören und was bist du benhard of drugo will ich den auch noch mehr kommen der vengal reicht kann man ja immer noch vielleicht mal beschwören wenn man wenn man es nicht hinbekommen so wir müssen jetzt gucken dass die so halbwegs ja ich kriege es immer noch nicht hin die spiele richtig zu zu benennen von der steuerung und das kostet mich gerade so so für die ganz tricky unter euch kann man auch das war nicht gut kann man auch versuchen den einen hoch ich habe ja immer noch mein schild nicht draußen und versuche und versuche immer noch dinge zu tun die ich nicht tun sollte so jetzt steht nur noch einer und ich falle runter oh gott oh gott war das dumm ja das hätte sein müssen schade aber dann kann ich den band auf druck eigentlich auch noch beschwören warum nicht obwohl wir wollen es ja eigentlich ein bisschen spannend machen von daher noch acht human effigies ist aber ein bisschen wenig ist aber echt ein bisschen wenig komisch und im letzten spielstand wo ich es mit meinem mage durchgespielt habe hatte ich irgendwie noch mehr aber gut da habe ich mich auch nicht so häufig menschisiert da ging das halt ne als mage ist es auch egal und gerade habe ich mich auch echt ziemlich dumm angestellt ich sollte einfach versuchen die beiden von der mit mit range zu snipen so ein bisschen damit der benhard das ordentlich hinbekommt beziehungsweise der andere das ist natürlich eine wichtige sache und prinzipiell hatte ich den kampf eben eigentlich schon gewonnen und ich hab's halt wenn ich nicht runter gefallen wäre hätte der versucht den anderen zu retten in dem moment in der von lightning speed drauf geknüppelt aber gut das problem in der arena ist halt wirklich dass hinten dieser abgrund ist und man so im eifer des gefechts manchmal sogar vergisst dass dieser abgrund da ist aber das kann ja mal passieren dafür haben wir hier vengal und ich trinke ein estus flask vollkommen gerechtfertigt wohlgemerkt ich war ein bisschen low da muss man schon mal eine estus flask trinken so und statt dem chlorante ring könnte ich eigentlich intelligenterweise den ring of life protection anziehen dann müsste ich mich nicht wieder mensch lisieren wenn ich wieder rauskomme wenn es jetzt nochmal verkacken sollte ich versuche mich auch heftig zu circle und schaffen das auch ganz gut aber die beiden machen das eigentlich ganz gut davon muss man nur versuchen dass man die beiden so auf etwa gleich viel live hält und er hätte auch wenn geil stimmt doch fast schon ich muss mir erst mal meine seelen wiederholen ich muss mir erst mal meine seelen wiederholen so jetzt sollte es aber eigentlich gleich vorbei sein es hat wunderbar funktioniert jetzt muss ich noch ganz schnell mal ein miracle kraut nachwerfen aber mein benhard bleibt jetzt und hilft mir gegen den boss der jetzt noch auftaucht live brave und dead you have proven yourself to me Das war's für heute. Jetzt bin ich mit dem Gehirn. Aber, ja gut, ihr seht ja auch, der Benhard, der kriegt auch schon ganz gut auf die Fresse. Aber wir teilen eigentlich mittlerweile auch noch ganz gut aus. Der teilt aber auch noch ganz gut aus. Ohne ihn jetzt hier. Ha, das lief doch. Das war der letzte Boss in Axolz 2. Nashandra. Ja, 138.000 Seelen. Nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, wann es losgeht. Eigentlich müsste gleich noch irgendwas passieren. Ein Video müsste noch kommen. Ah. Ah. Oh. Sie, die mit dem Feuer verbunden sind. Sie, die mit der Kürze verbunden sind. Als der Feuer verbunden ist, die Säte werden in Sie fluchen. Und alles wird wiederholfen. Es ist Ihre Wahl. Es ist eine Chance, um zu erinnern, oder zu renunciieren. Great Sovereign, take your throne. What lies ahead, only you can see. Yeah, und damit ist das Spiel nun beendet. Wir steigen aber nicht direkt ins New Game Plus ein. Ich hoffe mal, der Abspann ist wegklickbar. Ist natürlich nicht wegklickbar. Wie könnte es anders sein? Also können wir jetzt noch ein bisschen drüber schwätzen, was wir gerade so gesehen haben. Ähm, erstmal der Dialog vom Emerald Harald. Also, der Emerald Harald ist von den Drachen gemacht worden. Beziehungsweise der, äh, Ancient Dragon, den wir getroffen haben, der uns das erste Mist hat, jemand, hat den Emerald Harald mehr oder minder gemacht. Also, so kann man das, denke ich, verstehen lassen. Ähm, die sagte, born from dragons conceived by men. So viel heißt wie, ähm, ja, sie wurde eben von den Drachen geboren, aber von den Menschen auf die Welt gebracht. Wie ist das denn? Gehebamt oder sowas. Also die Menschen haben als Hebamme fungiert und, ähm, den Emerald Harald eben auf die Welt gebracht. So kann man das sagen. Ähm, dazu muss man sagen, der Drache, den wir getroffen haben, der Ancient Dragon, ist kein Ancient Dragon im klassischen Sinne. Wie, ähm, zum Beispiel in Dark Souls 1 eben diese Ancient Dragons, sondern er ist ein, äh, künstlicher Drache. Der, wenn man ihn tötet, auch eine Giant Soul droppt. Und, ähm, es wird gemunkelt, ja, dass das eben Lord Aldia ist, der eben in seiner, äh, Feste versucht hat, den Fluch des Untodes aufzuhalten. Ähm, auch mit dem Wohlwollen von King Vendrick, die dann zusammen den Emerald Harald, ähm, ja, erfunden haben, sag ich mal. Um eben dann den Fluch des Untodes aufzuhalten, das Following von Leuten zu verhindern und diesen, diesen Cycle zu durchbrechen, der jetzt natürlich wieder von vorne anfängt. Also, also, das ist jetzt so grob die, die, äh, Origin von dem Emerald Harald und dem Ancient Dragon. Dann haben wir als nächstes eben diesen Cycle, diesen Zyklus, der immer wieder durchläuft. Und das haben wir auch in Dark Souls 1 gesehen, dass, ähm, die Ancient Dragons am Anfang waren, äh, lebe wie, also, nicht wirklich am Leben, aber, und deshalb nicht wirklich tot. Und die waren außerhalb von Leben und Tod, dann kam das Feuer, dann kam das Leben, dann kamen die Menschen und Gwyn, Nito, The Witch of Izalith und, ja, Seath hat dann seine Leute berogen. Und das war quasi so der erste Zyklus. Also, am Ende von Dark Souls 1, wenn wir das Feuer entweder ausgehen lassen oder entflammen, haben wir quasi den ersten Zyklus vollendet. Und, äh, solange das Feuer eben brennt, solange wir eben das, das, diesen Zyklus mit, mit dem Entflammen erneuern, geht dieser Fluch des Untodes weg. Also, der, das, das wird quasi ein neues Age of Fire geboren, sag ich mal. Und, äh, der Fluch wird außer Kraft gesetzt, das heißt, die Leute können wieder sterben, sie hollowen nicht mehr. Aber, diese Flamme wird dann irgendwann wieder ausgehen, beziehungsweise flackern und, und immer weiter stagnieren, äh, bis dann eben dieser Fluch des Untodes wieder zurückkommt und die Leute nicht mehr sterben können. Dann muss eben ein, äh, mächtiges Wesen, wie zum Beispiel wir jetzt in diesem Fall, das Feuer wieder neu entfachen, damit der Zyklus wieder von vorne beginnen kann. Und, äh, so wie es anscheinend ist, beziehungsweise so wie es gesagt wurde, ähm, ist dieser Zyklus eben ewig. Das heißt, so viel wie, äh, wir wissen nicht, wie viele Zyklen zwischen jetzt Dark Souls 1 und Dark Souls 2 liegen. Wir wissen, dass wir, äh, 12 Sublime Bone Dust finden im Spiel und, äh, wir können davon ausgehen, dass es dann wohl 12, ähm, Zyklen mindestens gewesen sein müssen. Ja, es kann ja gut sein, dass der, ähm, irgendjemand mal das nicht gemacht hat, also das Feuer hat ausgehen lassen und dann damit einen neuen Zyklus eingeleitet hat. Wie gesagt, kann natürlich passieren. Und, ähm, das wäre dann so der Zyklusgeschichte. Ähm, warum Nashandra, ähm, das ist auch wieder eine gute Frage. Ähm, wir haben King Vendrick, der von Nashandra gebeten wurde, beziehungsweise auf die Gefahr der Giganten hingewiesen wurde und, äh, rübergeflogen ist, beziehungsweise gesegelt ist über das Meer und die Giganten, ähm, ausgelöscht hat. Beziehungsweise vernichten geschlagen hat und ihnen etwas abgenommen hat. Was das jetzt genau ist, wird im Spiel nicht gesagt, aber es ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Also wird es wahrscheinlich kein Gold oder Juwelen oder so ein Kram sein, sondern, denke ich mal, eben die Kraft, die Seelen zu manipulieren, also Konstrukte und sowas zu bauen. Ja, so. Dann hat, äh, King Vendrick immer mächtiger geworden, hat die Old Wands vernichtet, ne? Und, ähm, seine Seele wurde immer stärker und mächtiger. Und er hat irgendwann aber gemerkt, hier mit Nashandra, da stimmt was nicht. Die hat nichts Gutes im Schilder, führt nichts Gutes im Schilder. Ähm, die will nur, dass ich den Thron besteige, damit sie, äh, an die Flamme rankommt. Und eben das, den, den Zyklus der Dunkelheit weiterführen kann. So. Ähm, das waren so seine Intentionen. Das ist das, was ihm aufgefallen ist, sein Plan, war dann eben, sie davon abzuhalten, ihren Plan einfach zu, äh, wie nennt es das nochmal, zu, zu verhindern. Und hat eben dann die komplette Shrine of Amarna, äh, Undead Crypt, da hat er sich halt zurückgezogen. Und, äh, hat seine Seele auch zurückgelassen im Shrine of Amarna. Er hat seine Loyalist untergeben in den Looking Glass Knight und, ähm, Wellstar, the Royal Aegis, platziert, äh, um sich zu schützen. Im Shrine of Amarna die Milfenito, äh, singen, damit eben Those by Bound, äh, Those Bound by Death and Dark, das wäre dann eben auf Nashandrat zutreffend, nicht vorbei können. Und gleichzeitig hat er die Hindernisse in unseren Weg gesetzt, ähm, dass wir an diesen Hindernissen wachsen und stärker werden, immer stärker werden, um dann eben am Ende, äh, ultimativ gegen Nashandrat gewinnen zu können. Ähm, Throne Watcher und Throne Defender sind genauso wie, äh, eben die anderen auch Hindernisse für Nashandrat gewesen. Ähm, da werde ich jetzt gleich nochmal kurz drauf eingehen. Äh, ihr seht, es gibt noch kein New Game Plus, wir können hier ganz normal, ähm, weiterspielen erstmal. Und da möchte ich mal ganz kurz die Seelen von, äh, Throne Defender und Throne Watcher und auch Nashandrat zeigen. Also einmal der Throne Defender, Throne of the King is sacred and you require a snap-propriate guardian. Lost Connection to Steam, okay. Ähm, ihr seht, die Seele sieht etwas, also das normale Seele sieht, jetzt von dem Guardian Dragon, von dem Demon of Song. Aber Weltstart zum Beispiel, ähm, sieht auch sehr, sehr merkwürdig aus, diese Seele, ne? Das heißt, die sind von der Dunkelheit bewirrt worden. Nashandrat ist natürlich Capital Dark. Nashandra was born of the dark with an insatable lust for strength. Ähm, in den anderen Descriptions von den Items, die wir dafür bekommen können, äh, kriegen wir natürlich noch ein bisschen mehr Infos, auf die, aufs Auge gedrückt. Und, ähm, prinzipiell ist sie der, äh, nachdem wir Manus besiegt haben im ersten Teil, in Ule Seal, hat sich diese gesamte Dunkelheit, die sich als Manus manifestiert hat, zersprengt in ganz, ganz viele kleine Teile. Ihr seht das nicht, aber ich mache wundervolle Handbewegungen und rhetorische Gesten. Ja, das, äh, kann ich hier vielleicht mal so, so ganz grob andeuten, ne? So, Winken und, äh, Brace the Sun und sowas mache ich hier natürlich alles. Ähm, ja, und diese kleinsten Stückchen von Manus haben sich wieder zusammengefunden, ähm, haben eine neue Form manifestiert, eben in Nashandra. Und, was, ich sag mal so, der, das Name-Theme des Spiels, ne? Was ich ja auch immer gesagt habe, bis auf diese Episode, am Anfang vorher, es tut mir jetzt leid, dass ich es vergessen habe, ähm, Ähm, the curse of life is the curse of want, and so you peel into the fork and hope of answers. Das ist das Zitat, was der Ancient Dragon bringt. Und das ist auch eigentlich das, was, ähm, dieses Spiel ausmacht, was Dark Souls 2 als Main Theme leitet. Ähm, die Bedürfnisse, die Wünsche, äh, am Leben zu sein, bedeutet immer, dass man einen Wunsch hat, einen Wunsch, etwas zu tun, einen Wunsch, etwas, ähm, ja, etwas zu besitzen, zum Beispiel. Und, das ist so das, was wir halt machen. Also, unser Wunsch ist es, von dem Fluch zu brechen. Und Nashandras Wunsch ist es, das Age of Dark zu erhalten. Vendrix Wunsch, zum Beispiel. Äh, er war es eben, dass wir Nashandra töten. Die Giants wollten ihr Gedöns wiederhaben. Der Amalit Harrod möchte gerne frei sein von, von der Duty hier. Von seiner Pflicht. Chloën wollte, ähm, ihre Steinchen sammeln. Ihr Vater wollte seine Tochter finden. Ähm, Gilligan wollte einfach nur da weg und überleben. Und der Rest, ja gut, es gibt einige Seelen, wo eben auch der, der Wille, beziehungsweise das, ähm, wie sagt man denn so schön? Ähm, das Wünschen, äh, klar werden, auch bei den Charakteren. Bei anderen ist es eine große Frage, zum Beispiel hier bei, ähm, ähm, der netten alten Dame, deren Namen ich gerade vergessen habe, und Chalkiorra, die da im Haus wartet. Ähm, das sind alles schwierige Fragen, ne? Aber ich hoffe mal, ihr hattet Spaß an dem Spiel. Ich hoffe, ich konnte noch ein paar Story-Elemente, äh, erleuchten. Ich kann natürlich nicht hundertprozentig sagen, dass das, was ich jetzt erzähle, alles richtig gewesen ist, ne? Ähm, das sind stellenweise Spekulationen von mir. Das sind stellenweise Spekulationen von, ähm, Epic Name Bro, von A German Spy. Bei, das sind Sachen, die aus den Item Descriptions eben herkommen. Und, was ich jetzt aber nochmal als kleine, äh, Anekdote, ja, anbringen möchte, so als kleine Fragestellung zum Abschluss, ist, äh, wir gehen da nochmal hin. Ne, wir gehen da erstmal nicht. Wir lassen es einfach. Ich erkläre es kurz. Am Anfang vom Spiel, in Things Betwixt, landen wir in einer Ruine. Später erfahren wir, dass wir, äh, wenn wir den Dark Divers angehören, wir durch diese Ruinen, äh, in den Abyss eintreten können. Und, äh, da erwartet noch ein optionaler Boss. Den werden wir wahrscheinlich auch noch machen, wenn der DLC dann kommt. Wahrscheinlich nach dem DLC irgendwann. Und den ganzen anderen optionalen Kramen noch mitnehmen. Ähm, aber wenn wir da gelandet sind, dann bedeutet das doch, dass der Abyss irgendeine Art von, ähm, Total sein muss. Irgendeine Art von Zwischendimension, dass wir von einem Punkt zum anderen kommen, ne? So. Das wäre doch mal eine interessante Frage und auch mal interessant zu wissen, warum wir gerade an so einer Ruine rauskommen, wo wir, äh, die wir mit dem Abyss in Verbindung bringen. Das möchte ich mal so als kleine Anmerkung noch mitgeben. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß an Dark Souls 2. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Äh, und hoffe, wir sehen uns dann im Dark Souls 2 Let's Play. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.